Okay Leute, heute gibt es etwas, was es schon seit ziemlich geraumer Zeit nicht mehr gab. Heute Leute gibt es... Achso, by the way, was sagt ihr eigentlich hier so zu dem Oberteil und der Freezer? Genauso wie zu dem Klamottenständer da hinten. Ist auf jeden Fall fresh, oder? Joi Leute! Was? Und damit ist es Rekord! Ciao! Hallo in meinem Video und ich darf euch heute Rekord herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge MieneCraft TTT auf GommelHD. Jo Leute, ich mache mir mal ganz kurz hier die Kopfhörer rein, weil ich das natürlich mal wieder vergessen habe. Achso und Leute, wir müssen natürlich wie in jedem Video zuallererst mal den Sockencheck machen. Ich vergesse es jedes Mal, deswegen Nummer 1, Nummer 2 und du, genau du ziehst auch jetzt deine Socken aus. Alles klar. Hashtag SLXami. Jo Leute, ich befinde mich hier schon auf dem Gommelserver und zwar in Lobby 1 und ich habe mein Lämmchen dabei. Lämmchenpower! Und ganz viele Fans sind auch schon da. Auf jeden Fall Leute, wenn ihr mehr TTT wollt, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare oder zeigt es mir deine Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Ah, okay. Äh, ja, wir gehen mal am besten mal zu TTT. Das war ja, zack, 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 ganz außen Leute bei TTT. Da! Okay, ähm, und dann nehmen wir mal, welche gibt es neue Maps? Ich habe immer wieder keine Ahnung von den Maps, keine Ahnung von irgendwas Leute. Ah, wir gehen mal in Desert rein. Das ist, äh, Desert heißt ja Wüste, glaube ich, oder so ähnlich. Okay, was sagen meine Pässe? Ein Traitorpass und neun Detective-Pässe. Oh, shit, Alter. Okay. Leute, ich bin ziemlich gehypt heute. Ich weiß nicht warum. Mal schauen. Okay, die Map ist das also. Okay, die kenne ich natürlich. Das ist ja eine der Standard-Maps auf dem Gommel HD. Also die habe ich auch, glaube ich, schon hundertmal gezockt. Gut, hundertmal ist ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen, Leute. War hier ein Eisenschwert. Gut, würde ich mich jetzt mit den Maps gut auskennen, könnte ich euch das natürlich beantworten. Oh, hier ist noch ne Kiste. Ah, schade. Ey, wenn ich jetzt innocent bin und der Traitor ist, habe ich richtiges Problem. Oh, shit. Ich hab's vorausgesagt, Leute. Oder haben wir nen Traitor? Da haben wir direkt einen. Und Bogen, tschüss. Oh, er ist im Wasser, er ist im Wasser. Er war. Leute, glauben wir ihm? Ey, ja, okay, Tester. Okay, Leute, er geht Tester, er geht Tester. Ich bin ja mal gespannt. Okay, wenn er jetzt rot ist, dann hat er ein richtiges Problem, Leute. Okay, er ist grün. Okay, wir müssen die Suche von vorne be... Äh, achso, ich auch. Ja, ja, sorry, 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 Jungs. Sorry, sorry. Wir suchen jetzt mal die ganzen Traitor hier. Ah, Nummer 1 gefunden. Wie kann das denn passieren, Mann? Jetzt haben wir auch noch gewonnen. Hashtag sadlife, Leute. Aber wir lassen uns natürlich nicht unterkriegen und versuchen einfach direkt die nächste Runde wieder zu reißen, Mann. Come on. Topia, ähm, ich hab keine Ahnung, welche Map das ist und, ähm, alles klar. Ja, Leute, ich war heute beim Friseur. Weiß nicht, ob das heute aufgefallen ist, aber war mal wieder bitter nötig. Ach ja, Leute, und ganz wichtige Frage. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr heute so gemacht habt. Das soll sich mal interessieren. Oh yeah. Ey, das ist krass. Man trifft einfach in jeder Runde jemanden. Leute, soll ich mal einen Pass benutzen? Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ich bin überfordert, Mann. Jetzt hab ich, äh, keinen Pass benutzt. Egal. Okay, Steinschwert. Wooo. Ja, hier oben sind schon die ein oder anderen Spieler versammelt, würde ich meinen. Oh, ich hab's nicht bekommen. Alter, hier stehen... Alter, waren alle hier gerade oben? Ja, kill mich einfach random. Ey, Jungs, dieses Game, es ist so lächerlich. Die ganzen Random-Kills sind so unnötig. Also bitte, Leute, wenn ihr mich in der Runde trefft, ihr könnt gerne Screens machen und alles, aber bitte nicht einfach so killen. Das ist mega, mega Abfahrt. Baby Room, let's go. Game Content ist nicht sein Ernst. Er heißt Game Content Nice. Vielleicht sollte ich mich ja Style-Content nennen. Oh, nee, Leute, nee, 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 nee. Von der Spur gleich wieder runter. Nein, 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 nein. Okay, wo geht hier der Hase lang? Zack, zack, da haben wir schon mal Bogen und Pfeil. Das ist nice. Ich will aber ein Steinschwert. Oh, hier geht's hoch. Ja, ein Steinschwert, let's go. Und jetzt MLG. Okay, hat nicht geklappt, aber war eh noch Schutzzeit. Also, YOLO. Okay, Alter. Wir bewegen uns mal die Straße hier hoch. Ist das eine Straße? Das ist eine Straße. Oh, könnt ihr das wieder kurz davor sein, als du nie... Oh. Hi, ich bin Traitor, moin. Alle Tester schreibt da. Bam. Bam. Hey. Hey. Was killt ihr mich denn einfach so? Wir sind beide Traitor, man. Let's go on, the detective, my fucker. Lies. Oh, schädeldi-diddle. Hey, wir haben ja gleich gewonnen, Jungs. Ah. Hä, wo sind die denn alle hier? Vercampen die sich hier irgendwo, Leute? Ey, wenn die sich hier irgendwo vercampen, ich schwirre, ich finde die Jungs. Ah, ne, die scheinen da, äh, ähm, da zu sein. Hi. Oh, da habe ich einen gesehen. Da habe ich einen gespare. Ach, nicht mein Ernst. Oh, 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 oh. Oh, als ob ich jetzt wieder gestorben bin, Mann. Aber wir haben gewonnen, Leute. Nice, Alter. I've got no roots. Oh, Mann. Ich sollte das echt lassen. Oh, Mann. Spielregeln. Trouble in Terror. Alles klar. LOL. Stylex. Äh, Entschuldigung. Äh, ganz normal, mich in der Runde zu treffen. Ich bin natürlich allgegenwärtig auf dem GOM-HD-Server unterwegs. Oh, ho. Alle schreiben LOL. Okay. Bin ich jetzt LOL? Kann man LOL sein, Leute? Nein, nicht mit mir. Oh, mein Gott. Der hat mich einfach flachsen wollen. Ey, yo. Ey, yo. Was ist mit dem denn? Okay, okay, okay. Ich bin Tester. Ich bin, ey. Peace. Peace. Time out. Time out. Jungs, time out. Okay, die wollen den Screen. Kein Ding. Cute Sache, Alter. Nice. Ja, er war Traitor. Ich meine, das wusste ich. Ich habe nämlich vorhin gesehen, wie dieser Typ den ein oder anderen hier gehindert hat, sich zu, zu, zu equippen. Ja. Wir machen immer noch Screens. Was mit ihm hier? Okay, er ist grün. Alles safe. Alles safe. Okay, ich glaube, wir haben gleich gewonnen, weil... Oh, da ist ein Traitor. Okay, Leute. Wir müssen den anderen Weg gehen. Das hier führt zu nichts. Okay, schön sneaken, damit ihr uns da oben nicht seht. Du musst auch sneaken, Mann. Sonst bringt dich nichts. Okay, ich lasse die anderen vorlaufen, wenn sie uns runterschießt. Oh, wir haben schon gewonnen. Okay, GG. Haha, nice. Oh mein Gott, Leute. Ihr wisst, wie das mir gerade aufgefallen ist. Ich kann mir was kaufen. Oh shit. Ich habe 20.000 Coins. Wo kann man das nochmal machen? Hier, gell? Item Chess. 10.000 Coins. Noch eine. Let's go. Jetzt geht das Gewinnspiel ab. Boah, ist das krass. Bitte, was krass. Bitte, was krass. Da ist was Rotes. Ich will das Rote da. Ich will das Rote da. Geh weiter. Ich habe gewonnen. Heul. Und wisst ihr was? Ich heul auch gleich. Okay, Leute. Das ist ein Nosepack. Oh shit. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Das ist ja nur so ein Scheiß. Ja, geil. Cool. 5.000 Coins gewonnen. Hey. Okay, wir spielen wieder TTT. Das ist deutlich spannender, man. So, und zwar auf der Map. Camping. Okay, I'm ready for some killing of traders, my father. Okay, Leute. Ich bräuchte natürlich ein Eisenschwert. Das wäre deliziös. Da hinten ist Eisenschwert. Ich kenne hier die Eisenschwerte. Ich weiß, wo hier ein Eisenschwert ist, Leute. Woohoo. Let's go. Und zwar müssen wir dazu hier irgendwie lang. Das sagt mir alles nichts. Aber das da hinten kenne ich. Das ist nämlich die Ende-Chest. Ich habe nur noch 10 Sekunden, Leute. Das könnte knapp werden. Oh, aber ich bin ja der Jump'n'Run-King. Also kein Problem für mich. Oh, ich habe es. Oh, er greift mich direkt an. Er hat mich rübergehiltet. Oh mein Gott. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich gehe Tester. Bitte. Nein. Bitte. Warum? Ich muss in den Tester. 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 Okay, Leute. Alles safe. Ja, ich habe ihn mit meinem Herzen, Mann. Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Ey, das kann er doch nicht ernst meinen. Alles klar. Noch eine Runde. Noch eine Wahnsinnsfahrt. Lapona haben wir, glaube ich, schon. Geht heute. Zum fünften Mal Baby Room. Ach, egal, Leute. Let's go. Ja, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie euer Tag so war. Also auf einem Rating von 1 bis Orange war mein Tag beinahe. Ja, schon. Beinahe Afrikose, würde ich sagen. Ah, alles klar. Okay. Let's go. Okay, hier war doch safe auf irgendwas. Ja. Okay. Oh, da ist eine Kiste. Bam. Bitte, lieber Traitorgott. Ich möchte Traitor sein. Oh mein Gott. Das Doppel funktioniert halt. Jetzt müssen wir nur noch rasieren, Alter. Come on. Oh, 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 oh. Ah, ich hab ihn. Nice. Komm. Ja, auch mein Kill. Mein Kill. Mein Kill. Mein Kill. Oh shit, Leute. Ich hab euch gesagt. Wir rasieren. Oh shit. Es lebt nur noch einer. Und 360. Ah, schade. Das ist ja zu krass gewesen, Mann. Okay, der befindet sich da im Haus. Dann lauf ich mal hoch. Oh, da ist er, Leute. Er ist so nah. Oh, Leute. Er rechnet jetzt echt mit vielem, oder? Yeah. Nice. GG. Hashtag SLX Army. Woo. Okay, Leute. Jetzt die letzte Runde. Und ich schwöre, hoia. Wir rasieren das nochmal richtig durch. Wer hat reingeguckt? Ich schwöre, in die Kommentare schreiben. Ähm, und zwar machen wir das Ganze auf dem Map. Mada. Let's go. Oh, Mann. Diese Wartezeiten. Okay, let's go. Ey, Leute. Ich schwöre, ich bin heiß wie Frittenfett. Oh, Mann. Das war meine Kiste. Aber ich hab trotzdem Steinschwert. Nice. Ey, Leute. Seht ihr eigentlich das Funkeln in meinen Augen? Ich auch nicht. Okay. Ähm, bitte lass mich Traitor sein. Ich bin innocent. Okay, das Ziel ist eigentlich nur die Runde zu gewinnen. Heißt, für mich nicht sterben. Aha, okay. Hier soll der Tester sein. Da ist er ja. Nice. Ey, ich hab die zwei Polizisten an meiner Seite. Oh, Mann, Leute. Ich sollte damit echt aufhören. Oh, hier geht's ab. Oh, hier geht's ab. Nein, 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 nein. Da ist er mein. Okay, nein, Leute. Das wär zu krass gewesen. Gotcha, bitch. Ja, Leute. Das war's. Mit diesem Video. Ich hab natürlich zu tiefs, dass es euch gefallen hat. Wenn es du jetzt nicht vergisst, noch einen Jaumen nach oben zu geben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auf meinem Sushi-Media-Kram vorbeischauen könntet. Und bei meinem Designer. Außerdem verlinke ich euch die letzte TTT-Folge einmal. Ja. Und dann würde ich sagen, hab ich alles gesagt. Haut rein. Und ciao. 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 Vielen Dank.